Hi, hei Leute, willkommen bei PlanetSideNews. Ja, heute ist was ganz geiles passiert. Die haben die Autotorrent, also die automatischen Geschütze für den Ingenieur, auf dem Testserver frei zugänglich gemacht. Ja, im Hintergrund seht ihr jetzt die ersten Bilder von der Spitfire Autotorrent, die für alle Klasse gleich aussehen. Ich habe es getestet. Dieses Video ist jetzt nur eine kurze Anerkundigung, weil es schon ziemlich spät ist. Morgen Mittag, ach naja, gut, morgen Abend, werde ich mit Dark Metal Blue und Blau von Orif, also dem Teamleader von Orif, dieses Geschütz ausgiebig testen. Was es für Schaden macht, was für eine Range es hat und so. Das wird alles morgen Abend explizit ausgetestet, deswegen schaltet morgen Abend rein, wenn das Video online kommt, so zwischen, ich würde sagen 8 und 10 Uhr. Schauen wir mal wieder. Dann seht ihr aufs spät, das Video in mir zu diesem neuen Geschütz Typ. Ich hoffe das ist das Spiel nicht ziemlich aus und die Ballons zerstört und deswegen schaltet morgen rein, dann seht ihr mehr. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.